unser tricot liegt bewusstlos hier auf der brücke und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge der last guardian so wollen wir mal schauen ob er noch lebt ich hoffe es mal wäre nämlich ein komisches ende sag ich mal für ihn würde sagen wir jumpen jetzt mal auf ihn rauf ich hoffe mal dass ich nicht daneben springe nein ok und daneben gesprungen und zwar immer ohne sterben bitte einfach nur auf ihn rauf einfach nur fallen lassen so tricot so wo geht es hier weiter oh das ist glaube ich das schild oder na komm tricot halte kreis bewege den linken stick um den lichtstrahl zu lenken ich ziehe sie raus ok er kann anscheinend den schwanz noch bewegen jetzt würde ich sagen schauen wir uns aber hier erstmal um sie weitergeht ok hier sind wir bei der zugbrücke kann ich vielleicht aufschießen irgendwie ok schaut nicht so aus ok wo ist das da ok 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 mit der kette könnte ich eventuelles tor öffnen schau mal ok 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 probieren wir mal in die kette zu springen ok 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 hier geht nichts aber schauen wir mal einfach da hoch ok 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 kann man hier was machen Müssen wir wegschießen hier? Ah, alles klar. Das sind zwei Fässer. Schmeißen wir die einfach mal runter zu ihm. Ich glaube, das muss ich ihm direkt ins Maul reinlegen wahrscheinlich. So, komm. Okay, gehen wir wieder runter. Müssen wir wahrscheinlich genau ins Maul reinlegen. Na, komm. Okay. Na, komm. Oh, kommt da nicht ran. Okay, stellen wir uns einfach mal ab. Jetzt komm, da kommst du dran, komm. Und los, Tyrico, komm. Und los, Tyrico, komm. Okay, komm jetzt. Ah, da hat er zwei gefressen, sehr gut. So, da oben sehe ich noch ein Fass. Gehen wir gleich mal hier rumschauen. Ups. Okay. Ah, da ist noch ein Fass, okay. Bring mir eben das gleich mal. Wenn er vier Fässer wäre, dann würde er reichen, dass er wieder aufsteht. Also, ich hoffe es zumindest mal. Ich brauch dich noch, Tyrico. Hör schon mal das andere. Das ist jetzt schon. Nein. Ich glaube, dein Niesemensch. Na los. Schnapp's dir. Okay. 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 Jetzt komm, also wenn du das jetzt nicht kriegst, dann komm. Hedja. Aber was ist denn jetzt? Streichleinheit Oh, was ist denn jetzt? Na komm Boah, ich weiß nicht Soll ich den hinschmeißen oder was? Ich probier's mal So, jetzt komm aber, komm, jetzt liegt er optimal Na los Warte mal nicht zu, das ist mal weg hier Tariq Steht nur aus der Hand Ah, alles klar Vorher hat's auch geklappt, verstehe nicht Oh hier, krieg's noch eins Komm Geht doch, mei Schwere Geburt hier So, jetzt, ich geh auf Isai, Isai Isai, Isai Joriko Okay. Schauen, gibt es hier noch irgendwie Fässer oder sowas? Okay, viele Fässer hat er jetzt. Da oben war nichts mehr. Kann man hier was machen? Oh, warte mal, ich werde eben mal die Ringer gleich rausziehen. Die Speere entfernen. Vielleicht ist das der Schlüssel, damit es weitergeht. Okay, das war anscheinend der Schlüssel. Es kommt eine Zwischensequenz. Der Schlüssel. 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 Okay, dann probieren wir mal da hoch zu kommen. Sie müssen sich anscheinend nacht ausruhen. Ich hoffe, dass es mir jetzt wieder besser geht. Schild habe ich auch übrigens wieder. Okay. So, wo ist die denn jetzt hier hin? Vielleicht erstmal da hoch. So, hier geht es nicht weiter. Gut, langsam, Mitch. Okay. Schießt nun ab, komm. Oh, komm, die sind ja blöd jetzt. Komm her, komm her, komm her. Ich muss sie hoch. Nein. Ich muss sie hoch, komm her. Hoch sollst du gehen, nicht runter. Schießt nun ab da, den Deppen. Okay, sehr gut. Jetzt muss ich mal weiter hoch springen. Theorical, weiter hoch. Ich muss sie hoch. hier scheint nix zu sein da ist noch einer jetzt zappelt hier rum da komme ich glaube ich werde das nächste mal runter gehen von ihm ich glaube dass es lechter ist jetzt habe ich mir ein bisschen zu viel so dann spring mal spring mal da hoch wir müssen jetzt mal durch ok so seine folgen kannst du vorgehen oder geht es nicht wahrscheinlich wieder runterfallen wenn ich darüber springen aber warte mal wir sind hier immer hier entlang die geht sich hierbei Da geht's raus, okay. Können wir noch hochspringen? Da hoch. Aber das muss fast da hinten weitergehen, weil umsonst haben wir das Tor nicht geöffnet. Was machst du denn jetzt? Na, da geht's nicht weiter. Komm, geh hier weiter. Ja, 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 ja. Was macht der denn? Die ist aber da rüber. Na komm. Ich denke, wir müssen hier hinten weiter. So, und ich bin da rüberkommen. Ah, geht doch. Jetzt geh ich aber mal runter, weil ich sonst nicht gescheit sagen kann, wo man lang gehen soll. Oh, okay, wieder so ein blauer Käfig. Okay, warte mal. Ob man hier irgendwie zerschießen kann. Nicht da reingehen. Ja, 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 ja. Ja, ich sehe die Wappticks. Ich schieße einfach mal da, komm. Schieß doch Mensch. Schieß doch Mensch. Ich muss da runter gehen. Ich muss da runter gehen. Ich muss da runter gehen. Ja, 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 ja. Nein, bitte seh ich hier raus. Ah, da unten, oder? Geht's einfach mal hier runter. Ah, scheiße. Schießt drauf, komm. Ah, okay. Das ging also von oben nicht, der musste also erst runterspringen. Okay, alles klar. So. Jetzt, glaube ich, schon der dritte blaue Käfig gewesen. Wo geht's jetzt hier weiter? Ah, dann Spiegel. Kann man die gleich wegschießen? Schauen wir mal, ob wir die gleich wegballern können. Nein! Mensch! Da können die gleich wegschießen über den Spiegel da. Schieß, komm! Okay, das geht anscheinend nicht. Dann probieren wir mal den weg zu schießen. Probieren wir mal den weg zu schießen. Jo! Okay, alles klar. Nö, nicht runterfallen. Schieß, komm! Dann schieß wir mal den weg hier. Schieß wir mal den weg hier. Okay, dann schieß wir mal den weg. Schieß wir mal den weg. Gucken wir mal hier hoch, gucken ob er einen anderen Vorschlag hat, dann springen wir da hoch, Vielleicht können wir von oben was machen. Kannst du da hoch springen? Alles klar. Okay, alles klar. Okay, dann schieße ich erstmal die Spiegel weg. Okay, hier müssen wir, ah hier waren wir vor, ah genau hier ist die Zugbrücke. Entschließt erstmal die Spiegel weg, komm. Okay, hier ist die Spiegel weg. Okay, hier ist die Spiegel weg. Ja, du sollst nicht strecheln. Du sollst jetzt die Dinge wegschießen. Das geht nicht, okay, muss ich hier und... Ich will mich jetzt mal von hier, sodass ich die wegschießt. Okay, das war Nummer eins. Schießt du das noch weg da, komm. Okay, dann schießt du da hinten noch direkt. Ah, ist zuwegt. Näher rangehen. Tschüss, komm. So, okay. So, ist ja noch ein Spiegel übrig. Aber den werden wir von hier nicht... Ach. Ich glaube, den werden wir von hier nicht treffen. Außer ich gehe mal hier vor, vielleicht geht es ja von hier. Ich glaube, der ist zu weit weg. Aber probieren kann man es ja mal. Nee. Okay, den visiert er nicht an. Aber du kannst trotzdem schon da rüber jetzt kommen. Okay, rüber mit dir los. Okay. Okay. Halt dich fest. Nee. Okay, jetzt kannst du da reinspringen. Los, jump rein. Okay. Sehr gut. Okay. Gehen wir weiter. Jetzt kannst du auch durch den Spiegler oben zerstören. Komm her. Jetzt müssen wir eigentlich super hinkommen. Tschüss. Los. So, jetzt schieße ich den Scheißspiegel weg. Los. Los. Na komm. Du darfst ja den nicht. Nein. Geh doch. Es geht doch. So, jetzt mal umschauen, wo es sich weitergehen könnte. Au, da ist noch ein Spiegel rum. Schieb mir an den runter, Mage. Machst du den? Das Spiegel da oben brauchen wir noch. Komm. Können wir alles wegschießen? Geh. 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 Okidoki. Noch irgendwo ein Spiegel hier? Nö. Gut, here we go. Geh mal weiter. Ich denke mal, jetzt wird es hier weitergehen. Ich hoffe es zumindest. Oh. Oh. Wir since we've also got her in my foot. Hm. Okay, ich scheine es nicht weiter zu gehen. So, wo geht es denn hier lang? Oben, oder? Warte mal, ich gehe mal zu ihm hin. Er schaut schon da hoch die ganze Zeit. Ich hoffe, jetzt springt er alleine hoch. Er schaut auf jeden Fall auf den Balken dahin. Ja, dann springen wir hoch. Genau. Das schaut doch mal sehr gut aus. Ah, okay. Okay. Ey, ey, jetzt müssen wir irgendwie das Tor wahrscheinlich öffnen. Lass los, komm. So, ich denke, wir müssen jetzt hier rüber. Wupp. Und rüber. Wupp. So. Okay. Und rüber. Okay. Wupp. So. Okay. Und rüber. Okay. Sehr gut. So. Mal, dass hier irgendwo ein Schalter... Ah, da ist ein Schalter. Ein Hebel. Okay. Okay, lass mich raten, es geht jetzt da drüben weiter. Obwohl es da oben eigentlich auch noch weitergehen würde, oder? Wahrscheinlich. Schau mal jetzt einfach mal. Okay. Würde sagen, ich bin jetzt mal da rüber. Jump. Mach doch den jetzt, ey. Was macht der denn? Was macht der denn? Wo geht der denn zurück jetzt? Ist noch ein Spiegel irgendwo? Kann man da Anlauf nehmen? Tü, Ecker! Tü! Oh, ey. Mann, 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 Mann. Hier runter. Hier ist auf jeden Fall wieder ein Hebel. Oh, und da ist der weiße Turm. Ich denke mal, wir müssen ganz da oben hin, oder? Was ist denn das da links? Links oben. Okay. Ich denke mal, da werden wir jetzt nicht drüber kommen. Könnte es hier weitergehen? Hier oben irgendwo. Da wäre so ein Balken, gell? Dann gehen wir da mal hoch. Okay. Bunt Gläser müssten alle wechseln. Okay. Warte mal, ich komme erstmal hier hoch. Okay. Warte mal, ich komme erstmal hier hoch. Okay. Ich habe ihn noch mal erwischt, glaube ich, oder? Dann gehen wir den zweiten. Tschüss. Tschüss. Tschüss, komm. Bam. Ähm. So. Jetzt müssen sie irgendwie da rüberspringen, würde ich sagen. Ja, also. Schau mal, ich komme noch ran. Schau mal. Schau mal, entwicklen wir uns. Und an, was ist das denn. Aber, wie ist das denn? Ich kann das Ganze nicht abholen. Und auf einen Tempel vorlernen. Und dann fetchle mich zuerst auf. ich bin mir lieber ein bisschen verfehlt das ganze ok Leute ich würde sagen wie es jetzt hier weiter geht ob wir in der nächsten folge zum weißen turm kommen bleibt auf jeden fall dran dann verpasst ihr auch nichts und ja dann würde ich sagen schauen wir mal ob wir in der nächsten folge zum turm kommen und ansonsten wenn es euch gefallen hat natürlich ein abo oder auch daumen nach oben würde ich mich sehr freuen kostet auch nichts leute ansonsten sehen wir uns in der nächsten folge wieder ciao servus euer andy